Hektize, you're ready for it, such dich! Aus einer persönlichen Entscheidung heraus ist es mir nun ein Jahr lang nicht möglich, neue Texturen meines Texture Packs in Minecraft auf die Probe zu stellen. Damit Hektize jedoch seinen gewohnten Qualitätsstandard halten kann, suchen wir tatkräftige Unterstützer, quasi im Qualitätsmanagement. Voraussetzungen Du solltest auf jeden Fall über ein Skype-Konto verfügen und dieses auch aktiv verwenden. Du solltest über viel Ahnung von Minecraft, seinen Blöcken und Items und jenen Texturen verfügen. Du solltest fähig sein, konstruktive Kritik und detailliertes Feedback geben zu können. Solltest du diese Bedingungen erfüllen, so schicke mir bitte deinen Skype-Namen per PN und mit nur etwas Glück bist du, Beta-Tester von Hektize Super Default. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.